Klack, klack, klack. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Morgendenken. Das ist sehr interessant. Ja, das ist hier, ähm, ja, hehehe, that's interesting. Das liegt hier an der Budspitch-Erkennmechanik. Das ist natürlich höchstgradigst interessant und sollte sofort behoben werden, indem wir einfach eine Redstone-Leitung hier oben hinsetzen. Dann updatet sich hier nichts mehr. Gut. Also, was wir geschafft haben, ist folgendes, Leute. Wir haben es geschafft, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, dass wir ein, ähm, so machen, zack, 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 so. Okay, wir haben es geschafft, dass wir jetzt theoretisch Sand nehmen können. So. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, wir können hier ganz viel über Sand hinmachen, immer fünfmal Sand. Auf einmal das Gleiche können wir auch hier unten hinmachen. Wir haben also eine Art Maschine gebaut, mit der wir Sand sortieren können. Das ist quasi unser Big Brain, also das war unsere Hauptinvention, die wir haben. Und das Ganze soll sich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit durchlaufen, bis man bekloppt wird, sondern es soll sich quasi permanent an- und ausschalten können. So. Fünfmal Sand, 1, 2, 3, 4, 5, direkt übereinander. Das bedeutet, wir haben eine Kiste mit, ähm, Helmen und Sand. Helm bedeutet roter Sand, Minecraft bedeutet Sand. Und alle fragen immer, hä? Also, ich habe eure Kommentare gelesen. Und ich möchte mal ganz kurz vielleicht auf die Kommentare eingehen. Ähm, und bei den Kommentaren bin ich manchmal ein kleines bisschen am Verzweifeln bezüglich eurer Fähigkeit zu denken. Jeder von euch kann zu denken, Leute, und nutzt euren Kolben da oben. Der ist nicht ohne Grund da. Ähm, wir befinden uns in der Java-Edition. Ich weiß nichts davon, dass es möglich ist, mit einem Werfer Sand zu platzieren. Es geht nicht. Man kann keine Blöcke platzieren. Wenn man Blöcke platzieren könnte, wäre das alles viel, viel einfacher. Man könnte einfach die Blöcke zerstören, per Wassersturm nach oben machen, Sortierer, zack, fertig, Amen. Geht nicht. Wir können Sandblöcke nicht, können die nicht, ähm, äh, als Block platzieren, als Item platzieren. Das heißt, wir dürfen die auch nicht abbauen. Das ist jetzt hier, die Fackeln sind jetzt einfach, ich baue die hier ab, weil ich jetzt, weil ich Platz brauche. Wir werden die Blöcke später nicht abbauen. Die Blöcke werden nicht abgeblaut werden. Die werden nur verschoben. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen hier unstackbare Items nehmen. Man sagt, hä, nimm doch ein anderes Item. Ähm, okay. Quasi, wenn ich jetzt eine Reihenfolge haben möchte, zum Beispiel sagen wir hier an dem Äußeren ist jetzt quasi Sand, 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 roter Sand, ja. Mit meinem System wäre es dann später so, dass wir einen Trichter haben. Und der macht jetzt folgendes, der Trichter. Ich kann das immer ganz kurz zeigen. Jupp, Sand, Sand, Sand. Äh, der, Minecraft, was für Minecraft? Minecraft ist roter Sand. Ne, so, okay. Also, ähm, hier ist unsere Kiste. Ihr seht, die Kiste machen wir jetzt mal kurz leer. So. Also, äh, wir haben jetzt hier hintobereinander Sand, 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 roter Sand, roter Sand. Also, Sand, 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 roter Sand, roter Sand. Und dann haben wir quasi genau das auch so sortiert in der Kiste. Ihr seht, Sand, 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 roter Sand, roter Sand. Okay? So weit, so gut. Aber was ist, wenn wir das jetzt so plötzlich haben? Ne? Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Dann haben wir, ich bereite mal wieder alles vor in meinem Inventor. Dann haben wir, passt auf, passt auf, haben wir, ähm, Sand, roter Sand, Sand, roter Sand, roter Sand. Okay? Und dann sieht das Ganze so aus in der Kiste. Und wir haben die Reihenfolge korrekt. Ihr seht, hier ist die richtige Reihenfolge. Von euch wurde jetzt gesagt, hä, warum machst du hier unten in diesem Grund? Bist du doof? Alter, du hast es gar nicht verdient, so viel zu sagen. Du kannst doch einfach Orangenwolle machen und, äh, hellblaue Wolle machen. Das reicht ja auch. Da kann man ja einen Sortierer bauen. So. Und mit diesem Intellekt möchte ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Also, angenommen, das hier wäre roter Sand und das wäre normaler Sand, können wir natürlich das auch so machen. Schauen wir mal. Also, wir haben als erstes normalen Sand, dann haben wir roten Sand, dann haben wir wieder normalen Sand und zweimal roten Sand. Und wenn wir jetzt in die Kiste gucken, oh, upsies, oh, es funktioniert ja gar nicht, denn eigentlich müsste es so sein, nur das Problem ist, weil die Items sich zusammen stacken, ist genau das das Problem, die Items stacken sich zusammen. So. Upsies, funktioniert nicht. Deshalb müssen wir Items nehmen, die man nicht stacken kann. Das quasi, die man nur einmal pro Slot benutzen kann. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. So. Und deshalb können wir jetzt quasi sagen, äh, Sand, ne, das wäre jetzt roter Sand zuerst. Okay, deshalb können wir jetzt sagen, hier, Sand, roter Sand, Sand, roter Sand, roter Sand. Das geht jetzt in die Kiste rein, genauso, wie es hier aufgebaut ist. Und wenn wir das Ding jetzt hier durchlaufen lassen, schaut her, sortiert das System perfekt durch. Und zwar, Sand geht nach links, roter Sand geht nach rechts, Sand geht nach links, roter Sand geht nach rechts. Und nochmal. Bitteschön. Wow, easy, oder? Leute, easy. Wie ihr gesehen habt. Also, und genau das ist quasi der Clou dieses Systems. Das ist der Clou des Systems, Leute. Deshalb habe ich das gemacht. Ich habe das nicht gemacht, um euch zu ärgern oder so. Ich habe das gemacht, weil ich weiß, was ich tue. Und ihr euch darauf verlassen sollte, liebe Leute. Also. Okay? Gut. Deshalb können wir hier mit dieser komplexen Maschine erkennen, ob es ein Minecraft ist oder kein Minecraft ist. Und somit können wir etwas machen, was man eigentlich ja nicht machen kann. Und zwar, wir können nicht stackbare Items sortieren. Das geht eigentlich nicht, aber man kann ein paar nicht stackbare Items aussortieren. Man kann zum Beispiel, ähm, Wasser kann man aussortieren mit einem Trick. Man kann Boote aussortieren mit einem Trick. TNT kann man leider nicht so leicht aussortieren, weil er ja dann gezündet wird. Pfeile kann man auch nicht aussortieren. Minecraft kann man aussortieren. Boote kann man aussortieren mit einem ganz einfachen Trick. Und es gehen noch einige andere Tränke. Man kann, ähm, Flaschen, Potions raussortieren. Ilmango hat da, glaube ich, auch ganz, ganz viele tolle Beispiele für gehabt, wie man das machen kann und wie das funktioniert. So. Also, Kinders, bitte, 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 bevor ihr rummeckert mit mir, ja, bevor ihr hart ins Gericht geht. Ich meine, dass man, dass man meckert, ist okay. Vollkommen einverständlich, ja. Aber ich sage mir immer, ich meckere zum Beispiel sehr wenig über andere Menschen. Eigentlich gar nicht. Denn das Ding ist, wer meckert, muss es auch besser machen können. Und das ist eine meiner Lieblingsantworten, falls irgendjemand mal so Kritik an dem hat, was ich habe. Zum Beispiel bei meinem Corona-Video gab es einige, die gesagt haben, also, Josef, ich bin Virologe und das war der größte Schwachsinn, den du da erzählt hast. Ich habe mehr als ein paar Mal in dem Video gesagt, dass das nicht wissenschaftlich fundiert ist. Was ich da erklärt habe, ist eine minimalistisch zusammengepackte Art und Weise. Bei dem Video ging es darum, das jüngere Publikum aufmerksam zu machen und ihnen auf einfachste Art und Weise zu erklären, warum man zu Hause bleiben soll. Es ging nicht darum, einem Professor Dr. 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 XY vom Robert-Koch-Institut zu erklären, wie genau das Virus funktioniert. Denn das weiß der. Und ich glaube, dass die Leute, die wissen, wie das Virus funktioniert, die wissen das, ja. Es ging bei dem Video darum, einfach und verständlich das zu erklären. Ich meine, ihr könnt natürlich auch gerne so einen Professor Dr. 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 mit einer zweieinhalb stündigen wissenschaftlichen Rede vor die Kamera stellen und das dann den Kindern senden und sagen, hier, das ist der Grund, warum du zu Hause bleiben möchtest. Nach zehn Minuten, ach noch nicht, zwei Minuten, haben die abgeschaltet und sagen, ist mir doch egal, ich gehe nach draußen. So. Und genau das war die Intention dahinter. Und bei all diesen Kommentaren schreiber, die es gemacht haben, geschrieben haben, dass das nicht gut ist. Leute, ihr sind am freien Internet. Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, mit dem ihr das kommentiert habt, ja. Macht's besser. Macht's besser als ich, ja. Macht es einfach mal besser als ich. Erreicht die gleiche Aufrufezahl wie ich, erreicht die gleichen Menschen wie ich, macht es besser als ich, ja. Und hört auf zu meckern, okay. Gut. Ich nehme viel Kritik an, aber es gibt manchmal, da denke ich mir, Leute, Kritik ist cool, aber bitte auch nur angebrachte Kritik. Konstruktive Kritik. Kritik, mit der ich etwas anfangen kann. Quasi, wenn ich mich die ganze Zeit verspreche, mich darauf hinzuweisen, zu sagen, ey, dann sage ich auch, okay, 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 habt recht, Leute. Shit, shit, shit. Das ändere ich jetzt mal sofort, dass ich hier auch richtig spreche. Aber einfach zu sagen, dass etwas schlecht ist und nicht gut ist, das bringt nichts. Und Kontext. Viele Menschen vergessen den Kontext immer wieder, Leute. Ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Gründe für, warum ich etwas tue oder nicht tue, ja. Das ist, ach, Kerl, es ist schwer, euch das zu erklären. Vor allen Dingen im YouTube-Video, vor allen Dingen. Es ist super, duper schwer, das auch von euch zu erwarten, dass ich nachvollziehen bin. Aber jeder Mensch hat Gründe, aus denen er handelt. Und manchmal ist es halt so, dass ich weiß, was ich tue, aber euch auch gar nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie etwas baue und ich arbeite auf etwas hinaus, aber ich weiß ganz genau, erst wenn es fertig ist, werdet ihr verstehen, was ich da gemacht habe. Und dann kann ich mir immer beim Bauen ganz viel Kritik an. Never machst du das so, das ist doof, aber ich schaffe es, euch das ja nicht zu erklären. Ehe das Ding nicht fertig ist, muss ich tatsächlich einmal auf Durchzug schalten und einfach euch ignorieren. Vor allen Dingen auch manchmal Livestreams. Das tut mir sehr leid an der Stelle. Das möchte ich natürlich nicht, aber ich kann mich vertun. Ich bin nicht Mr. Wissen Allmächtig. Dr. Allmächtig, den gibt es eigentlich noch den YouTube-Kanal Dr. Allmächtig. Mir fällt gerade auf, den habe ich, nee, Dr. Allwissen, so hieß der, ne? Da habe ich früher als Kind immer viel geguckt. Lol, wie wir hier durch die Themen durchstreichen. Stimmt. Ich hatte mal neulich überlegt, in einem Livestream von welchen YouTubern ich gerne ein Autogramm haben möchte. Da habe ich das ja gesagt, ich würde am liebsten, also welche YouTuber ich feiere. Jetzt natürlich meine ganzen Kollegen und so hier, ähm, Klim, Sparky, Kroko, Janus, etc., bla. Von denen möchte ich natürlich, kann ich natürlich, also möchte ich ein Autogramm haben, weil Freundschaft und so, aber YouTuber, die ich so richtig feiere. Dom Tendo, Karl Sagan 42, Daily Dose of Internet und ja, doch Dr. Allwissend. Der hat mir früher echt, den habe ich cool gefunden. So, okay, also Leute, bitte, 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 ähm, wenn ihr zu kritisieren habt, bedenkt bitte alles, ja? Und wenn ihr alles bedacht habt und merkt, okay, es ist immer noch falsch, dann Kritik. Okay, dann unbedingt Kritik, aber einfach nur, naja, egal. Ich reg mich mal wieder viel zu viel über die Menschheit auf. Gut. Zeit für einen Test. Und zwar, ich habe jetzt die Idee, wie ich das Ganze automatisieren kann. Und zwar gehe ich davon aus, dass hier unten, dass er sich ja immer weiterschiebt. So, das heißt, ich mache jetzt hier einen Detektor, einen Observer, Observer, Server, es ist ein Server. Ich durfte mir auch eine ganze Menge Kritik zu meinem Nitrado-Tutorial einstecken von euch. Nur das Ding ist, ich kenne den Kontext dahinter. Es gibt freie, es gibt kostenlose Minecraft-Hoster. Ich weiß das ganz genau. Und ich weiß persönlich auch, dass Nitrado nicht der günstigste ist von allen. Ich weiß, dass es günstigere gibt. Aber ganz ehrlich, das ist genauso eine Sache wie Apple oder nicht Apple. Es ist einfach eine Sache, wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Dann ist es nicht das Richtige für euch. Ich habe meine Gründe, warum ich Nitrado nehme und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Partner bin oder von denen richtig viel Geld bekomme. So ist es tatsächlich nicht. Ich nutze sie tatsächlich einfach gerne, weil ich unkomplizierte Sachen mag. Ich kann Webseiten programmieren, Leute. Und trotzdem ist meine Webseite nicht selbst programmiert. Trotzdem habe ich einen ganz komischen Seitenbaukasten und das sieht ehrlich gesagt pottenhässlich aus. Warum programmiere ich meine Webseite nicht selber, wenn ich es doch tatsächlich so gut kann? Und ich kann es tatsächlich gut. Das ist auch kein Flexen an der Stelle. Ich kann sagen, ziemlich, ziemlich gut kenne ich mich mit PHP, HTML, CSS und JavaScript aus. So gut sogar, dass ich früher Dinge möglich gemacht habe, die bis dato doch schon dem ein oder anderen Programmierer einen offenen Mund entblößt haben. Stichwort Time Wars und Live Encoding von Minecraft Daten auf dem Wandlerbasis. So. Trotzdem mache ich das nicht, weil es unkompliziert ist. Und ich liebe Unkompliziertheit. So. Das ist für mich eines der wichtigsten Sachen, wenn etwas unkompliziert ist. Warum mache ich das so kompliziert? Gute Frage. So. Das ist viel unkomplizierter. Seht ihr? Genau das meine ich. Also wenn etwas unkompliziert ist, dann ist es in meinen Augen wunderbar. Und das mag ich halt an Nitrado, dass sie so unkompliziert sind. So. Und das Ding ist einfach, es ist immer wieder lustig, dass ich am Ende meinen Eltern recht geben muss. Die immer gesagt haben, Josef, du bist noch zu jung. Warte erstmal, bis du älter bist, dann denkst du über die Sachen anders. Und das stimmt tatsächlich, Leute. Wenn ihr älter werdet, denkt ihr über die Sachen anders, weil ihr dann den Kontext versteht. Dann versteht ihr, was es dahinter steckt. Wenn man als Kind seinem Vater ankommt, ach komm, nur 100 Euro, komm, ich will mir das und das kaufen. Und wenn ihr dann später euren eigenen Beruf habt und Geld verdient, ja, dann sagt ihr euch, dann überlegt ihr dreimal, ob ihr 10 Euro für etwas ausgeben möchtet. Glaubt mir. So, dann erlernt ihr erstmal den Wert von etwas schätzen. Gut. Jetzt habe ich das hier gemacht. Das gefällt mir soweit ganz gut. Ich möchte das hier gerne mit einem zweiten Kondensator koppeln. Und das hier koppel ich damit. So. Und dann brauchen wir einen Resetta. Ein Resetti. Ich habe Resetti gehasst bei Animal Crossing. Naja. Wie fandet ihr denn Resetti oder findet ihr Resetti bei Animal Crossing? Schreibt es mir in die Kommentare. Im nächsten Part machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.